das ist nicht praktisch das sind die Spackkuss die euch abonnieren heute Nacht sollte die Stunde sein wuuuh Pro-Gamer halt ne? Pro-Gamer mit Sprung richtig harte Pro-Gamer in dem schönen Deine-Gesung alles jeden weg ey warm ich treffe jemanden und kipp den Kill nicht oh nicht schlecht ich töte Raben hast du ja nicht gescheit gefunden ey die ist unsterblich in dem Alter wird das immer besser ja ich hab dich schon weg geholt uuuuuh wenn ich jetzt so rein super sporn ab euch mal ey Bogenmann wie wärs wenn du die Flasche weiter gibst damit wir alle mal den Schluck abkriegen schließlich macht Arbeit Durst wir trinken erst wenn die Arbeit getan ist Bogenmann weise macht euch auf ein Gewalt von rechts nicht gekriegt nicht gekriegt ist nicht schlimm wie Reinhard Reinhard wäre bestimmt geil hier zu spielen oder? am besten fand ich echt neulich sie doch nur einen Schild gehabt bei dem sie sich hätten sammeln können aber ich wünsche mir noch mal ein zweitem Kapitel hiervon zum Halloween ich hab's gehört ich hab's gehört was denn? kannst du euch den Vogel hier oben abschießen? sonst hab ich euch alles schon weg geholt welchen Vogel denn? die Rahmen ich hab's geht von den Draben die runten ey ich hab noch alle die Rä�ktakel Er ist in Mia wenn ich war nicht mal Der Seelen-Ernte hatte nichts mehr gemeint mit dem Menschen hast du ein Ulti? Hey, die Stelle hier oben ist ja ultimativ, oder? Was? Du sagst doch nichts! Ich hab grad gesagt, ich muss leben! Ja, ich schieß auf Attacker Girl, die ist wichtiger! Nehmt schön, Daniel! Den hab ich gar nicht gesehen! Nehmt mal die Sniper weg! Ich komm mit zurück auf Übers Platz, der ist eigentlich richtig gut hier! Hab'n noch gekriegt! Das ist unser Mädchen hier, ne? Ach, fuck ey! Boah, ich schieß aber auch grad richtig kacke! Euro, komm wir hierher! Bringt doch auch nichts! Boah, das ist ruhig! Was ist ruhig? War ruhig, wir haben zu zwischendurch, zu zwischendurch alle weg! Die Erde wehnte, als Dr. Junkenstein seine Schöpfung entwilte! Jaa! Ich will doch erst mal jetzt den Sniper holen! Ich steck dir ne Heilung drüber! Dann füge ich auch die Bombe! Nein, ich weiß nicht! Ich weiß nicht, das ist wichtig! Ich kann auf jeden Fall nicht, ich habe einfach recht getreten! 烈! Lex! Kam! Geht's mir nicht. das das st nein nein wobei der Immunität ging die Betäubung aber sie konnten Dr. Junkenstein und seine Schreckung wir schaffen das jetzt ja nein wir spielen auf leicht für dich Junkenstein hatte seine Rache bekommen dein leicht spielen er schafft er wohl immer wieder ne ja und verleveln der weggegeben sich immer noch so viele Kills warum die Händler nicht brauchen wir gar nicht geh damit weißt du was ich geb dir nicht jetzt ne ich habe jetzt der Kabel gegeben Mann sind wir schlau ich wollte jetzt sie eins geben und der blüde Quart so ein schwachgerät hätte es sich eh selbst gegeben Lodox Lodox Lootbox öffnen und Escape ja es hat bei mir voll geklappt geht nicht okay haben die jetzt gefixt den gerade ich habe ne Siegerpose Widowmaker die aus dem Grab bucht ja die habe ich auch schon aber nur mit ihrem Hinterteil Hinterteil? ja Widowmaker mit nem Hinterteil kaufen und die Beine hat sie so hoch gestellt und oben am Grab ist ne Giftmine ja das sieht doch nicht so gut aus ich hätte gedacht da ist ein bisschen mehr Arsch zu sehen wer ich am besten jetzt fand war von Besten die Siegerpose mit dem Grab und ich hab von von Mercy das gekriegt alle Helden sterben nicht wow ich hab von Mercy mir alle Siegerposen ne die ganzen ja wie heißt das nochmal Highlights hab ich mir geholt aber Mercy ist auch so eine Charaktere wir machen hier fast vollständig mit dennoch die Hälfte Ui er kommt und singt so ja was denn? nix wir haben nur ein guter Mix ja wo wenn hier der Tekker ihr Besten spielen könnte wären wir schon lange durch ne ja wenn der Tekker ihr Besten spielen dürfte hätten wir jetzt schon lange geschafft ne ja für mich sind irgendwo in den Match war vielleicht nicht wenn ich denn gerne spielen Janker ja Janker gegen Janker die zu Hilfe kommen die vor den verrückten Doktor Jankenstein beschützen sollten aber würde sein Verzweifel unsere Geschichte Elner Elner die geile Elner drei die 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 aber es wollen auch so viele am Anfang wo ich die Hälfte hin er sie wahrscheinlich jank wird du kannst auch machen spielte nicht mehr die nacht Erbärmliche Kreaturen. Ach, ich setz meinen Fallschnellschuss ein. Ich hab jetzt schon meine Ulti wieder zusammen, also wenn etwas Gefährliches kommt, kann ich sie schnell einsetzen. Ich glaube, ich muss mich schocken, die, äh, Kleinschampfer. Ich hab einen Gang von rechts. Alter, der war jetzt knapp, der Roboter. Ein Leben, weg. WTF? Ich stell mich gerade vor. Alter, komm über die Mauer. Ich hab nicht mal gesehen, als ich getroffen wollte, ich war tot. Boah, wie viel zieht denn der Schoproheffen ab? Ihre Körper zerbarschen und ließ das Alter uns blicken und erzielen. Ey, wie doof ist das hier mit den Drachen gemacht? Ich bin schon wieder tot. Alter, diese Sniper-Fiecher. Der kommt hier drauf nicht rein. Nee, die machen, ziehen dir 100 ab mit nem Schurtreffer. Die machen ja fast mehr Shun als die Hellen. Ja, die machen mehr Shun als die Hellen. Ich kann euch gerne, der hier... Ah! Ich komm auch mal euren Seelen zu holen. Ich komm auch mal euren Seelen zu holen. Ich komm auch mal euren Seelen zu holen. Der Seelen-Ernte hatte nichts mehr gemeint mit dem Menschen, der er einmal gewesen war. Der Bogenschützel durchborte das kalte Herz des Seelen-Erntes. Ah, das konnte ich nicht mehr aushalten. Aber supergut ist die Stelle da oben, da erwischt ich die Hellen nicht. Wenn wir uns dann verzeihen. Der Seelen-Ernte ist ein Ernst für den Vergangenheit. Ich kann uns noch nicht... Ich bringe uns sicher nach Hause. Wie ich es immer getan habe. Mach dich auf einen Gereich! Komm über die Brücke! Von wo? Was? Angst! Mitte, hab! Ryo, yo! Bagatekyo Kuraei! Boah, das war nie. Komm von links! Komm von links! Kau! Lass mal an der Welt! Nein! Nein! Mach dich auf einen Gereich! Komm von links! Fack! Nein! Das Tor liegt! Noch! Ich brauch die andere Welten nicht nach oben zu reißen! Okay! Mach dich mal hier! Du kannst auch dich doch selber halten! Ja, ich konnte gar nicht! Ja, ich konnte gar nicht! Ey, ich seh mir nie, dass du das einsetzt! Setz das häufig ein! So! Die Erde beten! Als Dr. Junkelstein seine Schuhe enthüllten! Ich geh hier nach oben! Hast du deine Ulti bereit? Ja! Ja! Im Geheimen hatte es Dr. Junkelstein wohlmacht! Na jetzt bin ich... Jetzt spielt bei mir wieder die Internetverbindung! Jetzt kann ich wieder nicht nach oben! Das ist doch so ne Scheiße hier! Ach du dicke Scheiße! Ich lieg in meinem Healpoint! Alter, wie schnell kann er einen umbringen! Der hat mich noch mit der Kette erwischt und ich war schon tot! Die Helden kämpften tapfer! Aber sie konnten Dr. Junkelstein und seine Schöpfungen nicht aufhalten! Die Burg fiel und die Verteidiger wurden getötet! Dr. Junkelstein hatte seine Rache! Ja, aber Reinhard, du bist nur noch drin! Du kannst deinen Hammer einsetzen und alle rausschießen! Die Stunde hat geschlagen! Muss man irgendwie warten, wenn man die Ulti macht? Ja, bis halt alle erfasst sind! Ach so! Aber 10% weniger Treffer als ich! Viel kommt für dich! Juhu! Ich fühle mich geehrt! What the fuck? Ich bin gleich nach Perfektion! Das habe ich noch nie geschafft! Gibt es jetzt richtig gut IP? Aber was bringt eigentlich dieses auswählen? Man kriegt ja auch nicht doppelt die IP, ne? Einmal muss es bringen! Zeig das nur, was du für ein krasser Ficker bist? Brüder? Zeig das nur den anderen, was für ein krasser Ficker du hier im Spiel bist? Nein, das ist wirklichampsch! Definitiv faith! Ach ja, Attacker Gold, ich hab leider, ich hab von Feather den besessenen Skin. Jetzt ist eure Fight auf McQueen Laune, ne? Nein, ich wollte ihn jetzt mal ausprobieren. Wo du jetzt dein Weh? Weil, die spiel ich nicht so derweil, macht halt nicht viel Schaden, nur bei Headshots. Und das ist im Spiel halt schwer. Ja. Du brauchst das ärztliche Sohn. Okay, kann ich nicht mehr heilen. Fängt jetzt ein richtiges Match an? Ja. Was? Doch. Eurofighter nimmst du Reinhard? Perfekt. Ja, jetzt müssen unsere anderen drei Kollegen liefen, ne? Ach komm schon, kein AFK, oder? Äh, und was meinst du mit der hässigen Russenfrau mal in unserem Team zu haben? Ich kann einen Film verleihen. Ist doch... Ja. Ja. Ist auch ziemlich gut, Ani. Ich bin froh, weil siehst du. Ich wache über dich. Aber ich sieht scheiße aus. Deswegen spiel ich sie auch nicht. Na, du kannst dich vorseits sehen. Einen Charakter, den ich nochmal spielen würde. Welchen? Lucio. Lucio? Hm. Ja, Lucio ist auch so, naja. Ich bin zum Heile mir nicht zu gut. Ne, nicht zum Heilen. Alter! Ey, komm mal her, siehst du das auch? Euro? Weil ich dich jetzt heile? Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Guck mal auf mein Stab. Ja. Siehst du, dass sie... Das... Hexenzeichen? Beim Heilen? Das stimmt. Ja. Jetzt bist du zu Spitzenleistungen fail. Hier, beim Stab von Mercy, wenn man heilt. Oder jetzt verstärkt. Wo? Ganz leicht rumdrehen. An der Spitze. Ah, ja. Ja. Das ist echt. Rüalina steht doch gut, oder? Ja. Halten Sie die Fracht auf. Ich soll hab' ne Fiste. Schaden verstärkt. So. Doktor Sinclair, bitte auf, äh... Nein! Helft mir! So, ich kann die ganze Treppe lang euch verstärken, ne? Hahaha. Hat's gerade gelacht. Du brauchtest ärztliche Versorgung? Ich sag' dir. Vitaminspritze gefällt? Okay. Na, zieh... Nur weiter, ich stärke dir den Rücken. Und jetzt keine Erkältung. Scheiß Schlampe. Die muss nicht angreifen. Boah. Das reicht. Da ist noch jemand Teilung. Da hinten kommt einer. Ja. Reinhardt! Reinhardt! Strahl ein! Nein! Soll ich ihn wiederbeleben? Oder soll ich erwarten? Wiederbeleben. Dann wollen die sich von Helden sterben nicht! Barriere aktiviert! Feuer frei! Reinhardt! Schlampe. Ich päppel dich wieder aus! Außer! Zeig was du drauf hast! Jetzt gibt es eine Abkühlung! Stopp die Scheisse! Ach du die Scheisse! Ich bin auch mal rausgekommen. Ich hab ein Hammer ins Gesicht bekommen. Boah, ich hasse die Ulti von der. Die ist einfach nur zu weit. Die hätte sie ein bisschen kleiner machen sollen. Boah, halt nicht schmeißen. Eurofighter, du hättest dich opfern müssen. Dein Leben wäre jetzt eh egal gewesen. Du hättest ihn aus der Karte mitgetragen. Und daraus kannst du es richtig gut. Den vor der Karte werfen. Alter, ich hab nicht die Wand reingebackt. Dank Anna. Fickt euch doch einfach mal. Achtung, die haben Tracer. Wo ist unser Bestchen? Hier oben. Ich fliege dich wieder zusammen. Die Reihe. Da ist Tracer, da hinten. 60 Sekunden. Ich hab sie einmal getroffen. Das wird hier in die Knarre. Die macht auch manchmal gute Sachen. Ich heile dich. Jetzt schieß. Soll ich Eurofighter helfen? Was hat denn die Ulti jetzt gebracht? Keine Ahnung. Achtung, hier links kommt er gleich. Wo du jetzt dann wählst? Ich stehe hinter dir. Achtung! Ich habe mich geopfert. Ich lebe den Gelauf von der Brust. Jawoll. Ey, vier Eliminierungen hab ich mit Mercy gerade gemacht. Ich hab zwölf. Und das als Bestchen ist eigentlich nicht viel da jetzt, ne? Aber Gold. Das ist nicht schlecht. Ich spiel nochmal Mercy, weil... Machen Sie sich bereit zum Angriff. Eigentlich wär's doch gar nicht so verkehrt, sich als Bestchen einfach auf die Lieferung zu setzen, oder? Ja, aber die Taktik ist altmodisch. Die wird dir jetzt so leicht zu durchschauen. Ihr zum Beispiel mit einem schnellen Charakter wie Tracer kommst du hinter den Schild und kannst eine Haftmine an Bestchen machen. Das heißt, er lohnt sich dabei nicht mehr. Ja, wohl, doch. So schlecht ist es ja nicht mal. Brauchst halt in die Nachricht schweizer. Ähm, kann man jemand übersetzen, was er geschrieben hat? Warte mal. Ich wache über dich. Einfach irre! Ich habe immer davon geträumt, vielfach viel mehr zu sein. So, schlafen. Dann wollen wir dich mal zusammenflicken. Die Zeiten sind vorbei. Unterdrückung zweier! Schaden erhöht! Ich bin bei dir! Hab's da oben angesprochen. Ach so, Mercy plus Fever. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Also hier gibt's kein Lesbenkeile. Ich hab' die Gondel kaputt gemacht. Ich hab' die Gondel kaputt gemacht. Ja, ich hab' die Frage. black ihr Keninen? Wo ist es? Ey! Mirkling bin an Hein u. Kpis? Eurofighter. Mirkling ist kent. Wenn Mirkling in die partir ... 누구 der tranquilke Art delegiert. Ich schütze dich. SCH DER Tauch! Nachmacher, ich komme jetzt. Es gibt nur einen Dark Phantom. Alter! Freust du mal hier? Ja. Flieg nicht so weit weg. Flieg mir doch von daher. Das ist aber auch mal wieder als einfach. Scheiße. Ey, manchmal legt die Leitung so sehr, ne? Da verkennt er es bei Waffenwechsel nicht, dass sie auf den Start zurück scheitern, ne? Ich muss dahin, wo ich gebraucht werde. Ach, das geht doch mal richtig. Die Schüsse in die Fracht. Wie echt, Mann? Nein! Ich bin wegen der Fasste. Na, gehts. Jetzt schieß! Ah, der steht genau in der Kante da oben, denn ich konnte nicht links fliegen zu dir gerade. Jetzt haben wir keinen Tank mehr. Wo ist eigentlich der Attacker-Goal? Ich habe gerade gestorben. Danke. Da habe ich schon nicht irgendwo durchzusetzen können. Oh, Mann. Sehr gut. Dieербettischen, ne? Ich päppel dich weg! Nimmst du das? Nehmt? Oh mein Gott, du bist! Oh mein Gott, du bist! Ah, du bist! Du bist! Du bist! Du bist! Du bist! Ich bin jetzt so- Die Kraft muss in Bewegung bleiben. Ich wollte ja mehr benutzen, die ähnliche Skin, weil du einfach in weite Richtung willst. Nein, 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 nein! Ich bin ja da bitte hier! Hilf mir doch mal wer! Alter, ich bin so ne Zier, Zier Diva hier. Äh, Zier Mercy. Warum seid gerade Diva? Geh drauf, geh drauf! Ja, ich bin tot. Da sind zu viel, ich bin auch tot. Ja, ich war ja gerade ganz schön lange am Leben, oder? Mit Rum-Opsen. Da waren alle anderen. Aber wir haben mehr. Ne, wir haben mehr. Ich schaffe dich im Visier. Ich glaub's nicht, dass das geklappt hat. Ne. Ich glaub's nicht, dass das geklappt hat. Ja, das wird jetzt als Niederlage bewertet, ne? Ja, die anderen waren aber... Das ist doch klar, wir haben weniger geschafft. Ja. Highlights des Matches. Ja. Die einzig wahre besten Spieler. Ja. Lame. Aber die einzige von uns. Ja. Ja. Guck mal, das feitliche Team befestet sich nicht gar nicht selbst so richtig. War der eine schon immer rausgegangen, oder wie? Keine Ahnung. Oh, dreimal Gold. Bin mal ganz kurz auf K. Hä? Wie viel Prozent hat der eine mit Team-Heilung gehabt? Weiß ich nicht. Ich hab mehr. Wieso? Weil ich mehr hatte. Oh, das ging in die Börse rein. Ist wohl halt Grund jetzt schon abgespielt. Ich hab bald nur noch 1,4. Was ich auch blöde finde, wenn du es zum Spiel raus tappst, dass die Musik trotzdem weitergeht. Ja. Ich bin extrem nervig. Näz. W- currently, You're taking a job sin hijau, Monty, 你 nur mitarbeitete vor高nung. Easy! Vielen Dank.